Willkommen bei einer neuen Folge vom Dennerle Aqua Channel. Diese Woche geht es um ein Produkt, das heißt Pflanzen-Elixier. Volker, ich habe in meinem Foto-Aquarium bemerkt, dass meine Pflanzen kriegen so gelbige, glasige Blätter und du hattest mir gesagt, geh ran und besorg dir dieses Produkt, weil das wird dir helfen. Was kann dieses Produkt? Also was es kann, ich erkläre mal erst, was das Produkt überhaupt ist. Also das Pflanzen-Elixier ist ein Dünger, es ist ein Volldünger, der die Pflanzen mit allen notwendigen Spurenelementen versorgt. Aquaienpflanzen benötigen circa 18 Spurenelemente, die sie brauchen für gesund wachsen zu können. Aber dafür muss man noch wissen, einen Teil der Nährstoffe nehmen die Pflanzen über die Wurzeln auf und den größten Teil nehmen sie über die Blätter auf. Und da gehört eine gute wöchentliche Düngeversorgung dazu. Also ein Düngemittel, das wir über das Wasser eingeben, das ist nämlich flüssig hier und das wird ins Wasser gegeben. Genau. Und da sind alle notwendigen oder wichtigen Spurenelemente enthalten, so dass deine Pflanzen gesund wachsen können. Wie wir sehen, du hast ja hier ein schön eingerichtetes Aquarium, die Pflanzen sind schön grün, sie rassimilieren, das heißt sie produzieren Sauerstoff. Und du hast mir gesagt, heute Morgen hast du sie gefüttert, die Biester hier. Jawohl. Und jetzt sind sie natürlich happy. Sag uns was dazu. Ja ganz einfach, du hast für 50 Liter nimmst du 10 ml. Das nimmst du einmal die Woche. Und dann habe ich jetzt hier zum Beispiel eine 250 Milliliter Flasche. Damit kommst du 24 Wochen lang aus. Also das ist enorm lang und du siehst, also das ist schmales, für schmales Geld kriegst du hier richtig was geboten. Und wie in jeder Folge frage ich natürlich, Volker, was ist der Unterschied von diesem Produkt zu den anderen Produkten, die es auf dem Markt gibt? Warum sollen die Jungs und Mädels nach diesem Produkt greifen, wenn es so viele andere Produkte gibt? Ja Christos, das ist ganz einfach. In dieser Flasche stecken über 50 Jahre Gärtnereierfahrung. Also wir von Delereau haben über 50 Jahre Erfahrung mit Aquarpflanzenkultur. Und aus dieser Zeit haben wir so viel mitgenommen. Und das haben wir auch? Ja und das haben wir alles in diese Flasche reingeknallt. Algen sind ja auch Pflanzenvölker, das ist richtig, oder? Ja. Das heißt, wenn wir jetzt dieses Produkt dazu kippen, wachsen dann die Algen auch besser? Nein, das Gegenteil ist der Fall. Durch das, wo wir die Aquarpflanzen mit den wichtigsten Nährstoffen oder den Nährstoffen, die sie wirklich brauchen, versorgen, wachsen die Pflanzen optimal. Und wenn du optimalen Pflanzenwuchs hast in deinem Aquarm, erstmal sieht es super aus. Aber optimalen Pflanzenwuchs verdrängt auch die Algen. Das heißt, die stehen in direkte Konkurrenz mit den Pflanzen und ziehen dann die Kürzern. Genau. Einfach? Einfach und simpel. Volker, das ist also die ultimative Power-Wunderwaffe. Muss man da eigentlich noch was anders dazugeben oder reicht das auch? Ne, das reicht nicht ganz. Man sollte schon noch sein Aquarm in Kohlenstoff versorgen, einmal mit einer flüssigen Kohlenstoffvariante oder, wer es richtig gut machen will, natürlich mit einer CO2-Anlage. Und man kann, jedes halbe Jahr kann man den Boden nochmal mit unserem Nutribolz aufpeppen. Immer einfach dann in den Boden rein, oder? Genau. Einfach reingedrückt an die Wurzelballen und dann kriegen die Pflanzen nochmal einen Nährstoffboost. Das war also unsere kleine Einführung in unsere Power-Wunderwaffe, Volker. Wir sehen uns beim nächsten Video. Stay tuned. Bis bald. Für schmales Geld gehst du was du essen. Der Aldi, der Netto, der Aquarium. Der Netto. Netto ist billiger wie Aldi. Und mir empfehlen auf 50 Liter Aquariumwasser Enzyme. Und wie bei jedem Produkt frage ich Volker, was ist der Unterschied? War das überhaupt die Frage? Das weiß ich gar nicht. Was habe ich eigentlich gefragt? Doch. Was ist das Besondere an dem Produkt? Und wie in jeder Folge frage ich natürlich den Volker, was ist der Unterschied von diesem Produkt zu den anderen Produkten? Ja. In diesem Produkt stecken quasi über 50 Jahre und zig Milliarden. Nee, scheiße. Ich wollte nicht. Das kann gut sein. Das kann gut sein. Zig Milliarden pflanzen die da durch. In unserer Gärtnerei gehen jährlich über Millionen von Akronen. Millionen? Millionen. Aber wir lassen's. Wir lassen's. Wir lassen's. Ukraine Ja. Ming Video Baug Vielen Dank.